Und dann treffe ich mich danach mit Josch, der nämlich auch nicht weit weg ist von meiner Leiche. Und so sieht's nämlich aus. Ich bin in der Farm, in der du mich gelost hast. Jep. Das war sogar fast richtig. Ich muss nämlich dem Bahnschienen folgen. Und von da aus müsste ich eigentlich wiedererkennen, wo ich hier war. Es ist immer wieder eine Freude, seine Sachen zu verdienen. Ah, da sind die Brücken. Da war ich. Ja, Mann. Ich seh. Ich gehe davon aus, dass das die Brücke ist. Die ich langgelaufen bin, um dann den Hügel hochzulaufen. Nein, ich gehe nicht davon aus, ich bete, das siehst du. What? Was ist hier? Ah, hier ist das Teil. Da bin ich langgelaufen, da bin ich durch und da hoch. Ja, Mann, ich seh, ich seh mal, ich... Ich gehe mal einen Weg lang, okay? Ja. Fuck. Bin ich da schon über die Brücke rüber? Ja, da bin ich schon rüber. Glaub ich. Ja, ich weiß wieder, wie ich gelaufen bin. Das habe ich mir eben im Video ange... Nein! Ich habe jetzt keine Zombies hinter mir, Alter. Oh, fuck. Doch, habe ich. Okay. So bin ich gelaufen, so bin ich gelaufen. Bin ich hier so lang? Hier lang. Hier, glaube ich. Hier durch das Loch und dann hier hoch. Alter. Das ist ein Loch. Das ist ein Loch in der Wand. Ob ich verfolge gerade, so wie es aussieht, keine Zombies mehr. Doch, da ganz hinten einer. Der ist scheißegal. Einfach hoch jetzt. Bitte, Zombie, bitte weich ab von mir. Ihr beiden Fickgesichter da hinten. Was? Ich glaube, sie haben abgewichen. Nein, sie sind immer noch hinter mir. Ich muss bloß nicht gegen einen Baum laufen. Das wäre ziemlich scheiße. Ich glaube, ich bin den Berg wirklich ganz hoch. Alter, wie nah! Scheiß, Dreck, ey. Ah, hier ist dieser Turm. Genau, ich war bei diesem Turm. Hoffentlich ist da meine Leiche. Okay, hier. Du warst bei dem Turm? Bei der Feuerwehr? Nee, da ist so ein Turm, so ein Aussichtsturm. Genau hier müsste meine Leiche irgendwo liegen. Ich sehe sie. Hier ist meine Leiche. Aber hier sind Zombies, viele, fünf oder so. Ich komme dir helfen. Kannst du mich da hinlutschen? Ähm, das ist irgendein hoher Berg, wo so ein Turm trifft. Das kann nicht dein Scheißherz sein. Scheiße, wieso ist das hier nicht so ein Berg, wo man die Zombies ablenken kann? Ich glaube, einfach zickzack durch Bäume. Ja? Ja? Ah, jetzt kommen sie auch noch von da unten. Eins, zwei, drei, vier. Fuck. Wo ist die, wo ist die, wo ist meine Leiche? Da. Ist es schon in der Stadt oder am Rand der Stadt? Es ist am Rand der Stadt. Okay. Versuch mal ein bisschen in deine Richtung zu laufen und zu... Du weißt ja gar nicht, wo ich bin. Du warst doch bei der Farm. Ja. Ist die Farm so sowas Längliches? Ja, nein. Ein ganz normales Farmhaus. Mit Treppen. Warte mal, warte mal. Leiter. Äh, mit Treppen. Warte mal. Ich glaube... Ja, ja. Du bist direkt bei mir eigentlich. Laufen wir auf die Straße bei dem Farmhaus. Ich sehe die Farm. Ich bin ganz nah. Ja, jetzt bin ich aber gerade in Richtung... Naja, gut. Ich komme zur Farm. Lauf die Straße entlang. Du bist Richtung Tscherno gelaufen, ne? Ja. Die Straße entlang? Meinst du das längliche Gebäude eben? Ja, das sehe ich. Ja, das sehe ich auch. Das ist ziemlich weit weg von mir. Ich bin gerade direkt bei der Farm. Ja, ich komme gerade auf die Farm zu. Viele Zombies. Ich laufe einfach in die Farm rein, okay? Oder ist es... Nee, nee, klar, kannst du machen. Wo bist du denn? Von wo kommst du? Ich komme... Von... Von Tscherno aus. Aber vom Berg. Von Hügel. Ich laufe gerade gleich direkt rein in die... Siehst du, ich habe dich gar nicht so weit weg gelotst. Das ist voll perfekt gewesen. Ich werde das nicht... Die andere Farm. Nee, ich bin nicht bei dem länglichen Gebäude. Ich bin direkt bei der Farm. In der Farm? Ja, ich laufe gerade drumherum. Ich glaube, ich habe die Zombies irgendwie abgelenkt. Aber ich habe die Zombies abgelenkt. Ich nicht. Ich laufe jetzt zu meiner Leiche hin. Alter, du sollst doch in das scheiß Farmhaus kommen. Ich bin bei dem Farmhaus. Oh Gott, ich habe mich schon wieder zu uns gesehen. Hast du den Schuss gehört? Mh, mh. Oh man, jetzt komm doch mal in die Farm rein. Bist du da? Ja. Sag doch schon den Ganzen. Ich laufe dir hier ganze Drumherum. Komm rein, ey. Bin gleich drin. Ich laufe jetzt gleich in den Eingang. Ein, drei, zwei, eins, bin drin. Ja, falsche Farm. Fuck. Das ist echt so ein Witz, Bolt. Ich bin aber bei der Farm, wo ich dich hindiktiert hab. Naja, bist du nicht. Doch, also zumindest die ich meinte. Aber ich glaub, ich hab alle Zombies so weit abgelenkt. Ich lauf jetzt erstmal einen großen Bogen zu meiner Leiche. Alle Zombies außer einen. Das war ja wieder klar. Der, der wieder da irgendwo rumsteht. Welche Farm meinst du denn dann, Mann? Da ist doch nur einer. Du hast das längliche Gebäude gesehen, ne? Du hast das längliche Gebäude gesehen? Ja, ne? Guck mal, du siehst doch Tschernogorsk, ne? Die Schrift. Und da über ist eine Farm. Und da bin ich drin. Ich kann nicht auf der Karte gucken. Lass uns gleich irgendwo in Tscherno treffen. Fick dich, Zombie. Wo denn? Such du dir aus. Ich komm da hin, irgendwie. Ja, dann... Schule? Ich weiß nicht, wo die ist. Äh... Supermarkt. Ja. Ja, Supermarkt, weißt du, wo der ist? Äh... Ja. Ja, dann geh ich jetzt zum Supermarkt. Und ich hab so ganz, äh... Ich glaub, dass ich auf dem Weg dahin sterben werde. Ich weiß noch nicht, das Gefühl. Hast du deine Leiche schon gelootet? Hey, da ist immer noch ein fucking Zombie hinter mir, aber nur einer. Aber ich wette, wenn ich die jetzt luten würde, würde genau der mir voll die Eier kraulen und... Ja, wahrscheinlich. Ich seh ihn aber gerade nicht mehr. Was ja ein gutes Zeichen ist. Um mich hier ins Gebüsch zu legen. Okay, doch, er sieht mich noch. Gott, lauf, 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 lauf. Ich seh aber meine beschissene Leiche. Alter, was will dieser fucking Zombie eigentlich von mir? Ganz ehrlich. Ein scheiß Zombie und ich krieg ihn hier nirgendwie weg. Nirgendwie? Du hast gerade spontan ein neues Wort erfunden. Wie schlecht, Moritz. Nirgendwie gibt's, ganz sicher. Nirgendwie? Nirgendwie, eindeutig. Es gibt irgendwie, Moritz. Ja. Nirgend und irgendwie gemischt ist irgendwie. Nirgendwie. Warte mal, gibt's das wirklich? Nirgendwie? Ich glaub, ich hab ihn abgehängt. Ja, man, ich glaub, ich hab ihn abgehängt. Bin ich jetzt grad der Dumme? Immer, Josch, immer. Aha, aha, aha. Ich hab ihn abgehängt. Du siehst da, die ist meine Leiche. Oh. Oh ja, Mann. Die lass ich mir jetzt nicht mehr nehmen. Toll, jetzt bin ich wieder genau beim gleichen Stand. Hab wieder nichts zu trinken. Na. Ich hab grad hier in dem Haus zwei Soda gefunden, aber leider nicht mitgenommen. Oh, hieß noch eine Soda. Vielleicht nicht. Warum ist meine Stunner-Munition weg? Ach so, ne, die hab ich da. Ups. Na, wer hat mein Case gegessen? GPS, G-17, Fernglas, Kompass, Karte, Militärtaschenlampe. Du brauchst nicht alles vorlesen, was du hast. Oh, doch. Oh, noch. Karte. Hm, nachtsiggerät. Hm. Schanzzeug. Ach du Scheiße. Backpack. Werkzeugkoffer. Uhr brauch ich nicht. Schachtel, Streichhölzer. Reicht. So, und ab nach Tscherno. Ach so, warte, jetzt hab ich... Nein. Gut, komm zur Mitte. Jetzt hab ich... Alter, wie krass ist das denn hier in Tscherno? Ich kann's grad nicht. Boah, scheiße. Was? Da sind, äh, fünf Spieler, die stehen, sind aber keine echten Spieler. Und die sind alle voll bewaffnet. Das ist richtig krank. Aber ich wurde grad vom Zombie angegriffen. Und blute. Von daher, äh... Okay, meine Waffe geht übrigens. Ich schiebe ich grad ein bisschen Panik. Okay, lauf mal im Supermarkt auf der... Also zu trinken hast du ja schon, ne? Ja. Was? Ja. Dann lauf mal raus aus Tscherno. Also hoch, vom Wasser weg, dass du ein bisschen außerhalb der Stadt bist. Nein, geh zum Supermarkt. Okay, der Supermarkt. Please, Supermarkt. Welchen Supermarkt? Was weiß ich denn? Es gibt doch nur einen oder mehr. Ich weiß es nicht. Ich kenn gar keinen eigentlich. Ich lauf jetzt einfach auf Tscherno und such ihn. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall ein Rand von Tscherno ist. Also am Stadtrand. Da liege ich doch richtig, oder? Ähm, ja. Bei der Kirche. Bei der... Ach, der! Ach, der! Da ist ja kein Sniper oder sowas. Ne, ich hab ja eben schon versucht zu looten, aber... Ne, hoffentlich ist da kein Sniper. Dass ich jetzt gleich abgesnipt werde. Ne, ne, mein ich ja. Weil ich hab ja eben schon versucht, also Niemal hat mich angegriffen von hinten. Was meintest du damit? Ich bin jetzt... Jetzt... Was ist die Kirche hier? Ich bin jetzt auf jeden Fall gleich in dem Dingsgebiet. Ja. Im Dingsgebiet, klar. Industriegebiet? Ja, okay, da bin ich auch. Ja? Ja. Okay, ich seh's auf jeden Fall vollfett vor mir. Wollen wir uns, ähm... An den Bahnschienen. Treffen. Können Sie auch an der Kirche treffen, die Leute kommen bei mir. Warte mal, ich bin bei einem Krankenhaus. Oh, Mann, ey. Ist das ein Krankenhaus? Ne, ist das kein Krankenhaus, falscher Alarm. Ich bin auf jeden Fall bei dem Industriegebiet und such da jetzt dich. Ja. LOL! Was? Ich hab ein Fahrrad gefunden. Nein. Doch. Krass.